Okay, Painted World. War ich auch schon lange nicht mehr drin. Weiß ich gar nicht mehr genau, wie ich mich auskenne. Und dann? Wahrscheinlich hoch. Also, und wenn ihr Painted World. Und jetzt müsste doch... Ne, warte. Ein, zwei Gegnerchen kommen, glaube ich, schon noch. Aber dann kommt doch direkt Leuchtfeuer, oder? Kommt direkt Leuchtfeuer. Ne, kommt direkt Leuchtfeuer. Das ist schön. Dann ist denen wohl einer verloren gegangen. Ja, Undead Dragon wird was. Ich hoffe, der ist anfällig für Pyromantie. Das ist so generell mein Hoffen bei ziemlich allem. Versuch's mit Abgrund. Oh, shit. Gott, ich vergesse viel Zeug, ne? Warum machen diese Dinger so wenig Damage? Das ist besser. So, und einer noch. Was droppen die noch? Ich frage mich gerade. Nein! Ja, die Krähenviecher sind scheiße. Kommt der runtergefallen? Kommt der runtergerannt? Macht der irgendwas? Anscheinend nicht. Okay. So, mieses Stück. Waffe in Gefahr? W-w-w-w-w-warte, was? Das passiert einem noch nie. Nein, ich habe kein Reparaturset. Ich komme hier nicht weg, ne? Oder? Doch, komme ich. Nein! RIP! Ich habe kein Reparaturset. Das ist... doof. Wenn man ehrlich ist. Falls meine jetzt kaputt geht. Das... Ja, das ist aber lächerlich an Schaden dagegen. Und alles, was jetzt geil wäre, wie Dämonen groß sagt, kann ich nicht halten. Ich habe 14. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Hier geht's runter. Geht es? Ja. Ich weiß, dass ich irgendwo nach unten wollte. Weiß nicht mehr genau, wofür. Oh, oh, oh. Ich will doch nicht mehr nach unten. Ich erinnere mich. Oh, wie ätzend. Ich will hier eigentlich gar nicht sein. Gibt es hier irgendwas, was ich haben will? Oder kann ich gehen? Was ich euch sagen will, dass das hier unten ganz, ganz blöd ist. Und ich hier, glaube ich, gar nicht hin will. Ich mache 14 Schaden. Ich habe es vergessen. Ach, Mann, da sind meine Seelen schon wieder weg. Ich gehe da nicht rein. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Ich gehe die Bösse machen und raus hier. Was ein Scheiß. Nee, ich gehe den Drachen klatschen. Ah, hier ist das Blutsch. Nein. Ich habe vergessen, was der macht. Ja. Mein Damage ist nicht schlecht, muss man sagen. Aber meine Taktik war nicht gut. Muss man auch sagen. Alles wackelt. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, okay Ähm, ich mach die noch Ich geh nur kurz mein Schwert reparieren Boss Time So, du greifst mich eher, also Die greift mich nur, wenn ich sie angreife, ne? So, Fußspuren Au Ach, verdammt Ich hab vergessen, was sie kann Komm her Die hat einen Schwanz Ja, kann man den abschlagen? Wie soll ich der ausweichen, wenn ich sie nicht sehe? Was ne Idee wäre, wer? Ach, du Scheiße Okay, okay Okay, okay Nein Ich wollte einen Estus trinken, aber ich hab ihn nicht ausgerüstet Ich wollte die Feuerbombe auf sie werfen Das hat nix gebraucht Das hat nix Doch, das hat was gebraucht Und Das hier bringt was Ich glaube es zumindest Ich bin ein bisschen aufgeschmissen Wo ist sie? Da Okay, ich raff die grad nicht Ich raff die grad nicht Ich weiß, ich achte auf ihre Fußspuren Und damit weiß ich, wo sie ist Und so ein Scheiß Aber wie mach ich der Damage? Ohne selbst Damage zu kriegen Ja Irgendwann wird sie wieder sichtbar So viel weiß ich auch Jetzt hat sie Damage gemacht Ich warte bis sie angegriffen hat Und dann greife ich an Nein Nein Ich weiß immer nicht Ob ich sie getroffen habe Oder nicht Sie ist gerade da Ich glaube ich hab sie getroffen Natürlich unsicher Jetzt hab ich sie getroffen Jetzt hab ich sie getroffen So Madame Ja Das war gar nicht so schwer Gut Doppelmenschlichkeit Die ist Fies Aber schön Jetzt können wir noch Als nächstes wäre Nito dran Es gab doch so einen Helm Mit dem ich was sehen konnte Den hätte ich ganz gerne Und es gibt die Laterne Die hab ich auch kein Problem mit Nein Ich lebe Ich lebe nicht mehr Jetzt geh ich hier so runter Und dann Rutsch ich hier runter Und dann rutsch ich hier runter Und dann Danke Das hat mir weitergeholfen Nein Ich wollte zu der Seele Pass auf Leuchtfeuer Pass auf Leuchtfeuer Ach guck mal Ich weiß wo ich bin Hier wollte ich hin Vielen Dank Arschloch Ja Nur dass ich überleben werde Und dann guckst du blöd Ja Da ist er Und jetzt hier ist eine Laterne Ach warte Ich dachte ich wäre angekaut Da ist sie Was machst du hier Was macht ihr hier Ich erinnere mich nicht hier dran Aber anscheinend ist das normal Au Okay fuck Ich muss die Lord Vessel Platzieren Das Ist So ein Problem Was mir eingefallen ist Dass das natürlich gemacht werden muss So Jetzt können wir endlich weiter Jetzt können wir hoch in Duke Archives Runter zu Nito Zur Chaos Hexe Das war das Was wir noch machen mussten Warum ich nicht weiter kam Oh warte Wir können uns porten Wir könnten Wenn wir das jetzt gekauft haben Natürlich erst Äh Runter ins Bed of Chaos Äh Bed of Chaos Runter in den Den Asch Wie auch immer Asche See Gehen Ach du Scheiße Ich hab den Baum Oh Es wird was Was Ist Das hier Gott ich hasse diesen Baum Und ich weiß Dass ich Mit Hundertprozentiger Sicherheit Hab ich hier noch nie alles eingesammelt Ja Nein 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 du Scheiß Ding Nein Fuck Ist mir egal Wir sind fast unten So Unter mich Komm ich da Von hier Irgendwie Auf den Pilz Nein Nein Ach Pilze Ich hab auch keinen Bock Gegen euch zu kämpfen Keinen Bock Gegen irgendwas zu kämpfen Lass mich alle in Ruhe Ach die Musik auch Es ist ein super cooles Ausgebiet Nur du nervst Sehr Der fliegt sie Die kommt noch ein bisschen raus Es geht Wie viel Damage hab ich gemacht Au Die macht gar nicht so viel Damage Fast gar nichts Gut zu wissen Okay Ich weiß jetzt wie es geht Probieren wir es mal alles Kommt her Greift mich an Das ist nicht schlecht Das ist wirklich nicht schlecht Okay Aua Fuck In einen reingerollt Fuck Jetzt greifst du wieder an Komm doch Please Schnell peitsche Das hat viel gebracht Ich kann auch einfach den Body Anreifen Manchein Ne So weit wirft der nicht Ich muss warten bis die Köpfe hier sind Bitte greif mich doch an Jetzt Rein Das macht etwas Die ist nicht schwer Die ist nur voll nervig Okay ich muss noch einmal treffen Triff Please Ja da ist die Hydra down Ne Das ging voll Das ist ja so eine Mutmaßung Keine Ahnung ob die real ist Ist ja dass die Bäume Also das hier unten ist quasi so eine Überwelt Oder Unterwelt Und die Bäume sind Verbindungen zu eigenen Welten Zu einem Multiversum quasi Und das ist hier das Grundding Wo die Wurzeln Der Baum In den wir rein sind Aus den wir gekommen sind Ist quasi der der in unsere Welt führt Und einer von denen soll dann angeblich nach Demon's Souls führen Was ja anderes Universum ist als Dark Souls Was ja auch nur daran liegt Dass die Rechte für Demon's Souls bei Sony lagen Sie aber ein neues Spiel rausbringen wollten Was nicht nur auf der Playstation war Und deswegen Haben sie halt Dark Souls gemacht Da habe ich mein Drachengroßschwert Ich muss das normale Drachenschwert auch nochmal abholen Und aus irgendeinem Grund hat ihn das einen Scheiß interessiert Und ich kann den Ei trotzdem leisten Mach ich aber nicht Äh Verkackt Ach hier bin ich Naja hier wollte ich zumindest irgendwann mal hin Ich renne einfach so hin Ich weiß den Weg mittlerweile Also alles gut Und jetzt geht hier doch gleich die Leiter runter oder nicht Nein Ich war laufen Hier Zack Bin safe Bin schon da Ich habe immer noch sechs Estos Alles gut Egal was kommt Ich renne dran vorbei Na Fuck Das waren 10.000 Vielleicht sollte ich doch mal gucken Wo das geheime Bonfire ist Und hier Ist ein Bonfire Verrückt Ich habe es gefunden Wir sind da Ich habe vergessen Was hier noch alles abgeht Wir haben den Nito-Kampf echt komplett verpeilt Ähm Kriege ich hin Irgendwie Oder so Uh Der hat mit seinem Feuer bei meinen abgewährt Kann das sein? Ich wollte den Shit hier einsammeln Und dahinter ist mein Kampf Auf geht's Leute Ich kann mein Schild mal wieder ausrüsten Danke Das wird was Ah Das wird Das wird was Außerdem ist der Typ Metal as fuck Ach du Scheiße Ich wusste nicht, dass du mich schon siehst Darf ich kurz heilen? Okay Nein Ich will Nito angreifen Nicht euch Ihr Säcke Darf ich kurz? Ach scheiße Die stehen halt leider immer wieder auf Kann Nito die selber killen? Okay Gott da sind noch mehr Skelette Ich heule Okay Ähm Die Skelette fucken will Aber ich werde mir eine Waffe machen Das ist total dämlich So schaffe ich das nicht Ich brauche eine heilige Waffe Irgendeine Ist mir egal was Not bad So Und jetzt mache ich das göttliche Schwert raus Der ist weg Der ist weg Okay Scheiße Okay Ich wusste nicht, dass er zweimal angreift Scheiße Bin ich weit genug weg Nein Damage Nein, er steht schon wieder Fuck Trink 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 Boy Oh scheiße Die sind weh Und that's it So Was Ey Nito geschafft Trophäe Cool Schade Jetzt ist es so sad hier Ich mag es nicht Wenn Anor Londo wieder traurig ist Es war so schön Es ist also Keine Frau, die wir jetzt töten Im biologischen Sinne Sondern es ist biologischen Mann Keine Ahnung, ob sie wirklich eine Frau sein möchte Ich denke, das ist so eingeprägt worden Genau So, meinen ersten Kampf habe ich gemacht Ich stand hier und habe sie mit Vergiftungsfallen abgeschossen Der zaubert halt nur Was fucking schlecht für mich ist Uh, ja, weil ich übelsten Zauberdamage kriege Ja Ja, ich weiß Ja, laut VK ist das so Das ist wirklich so ERC, kein Quatsch Ich habe den Kampf einfach noch nie wirklich Ah, das Leuchtfeuer ist weg Fuck, jetzt muss ich wieder rum Habe ich an dem Leuchtfeuer nicht gerastet? Bin ich so doof? So Wir saßen hier Das Spiel kann jetzt nichts anderes mehr sagen Okay, so Ich renne jetzt zu dem hin Ach, muss ich jetzt bis zum Schluss mit dem Rennen? Bevor ich den angreifen kann? Aua, aua Okay Ich bin schon wieder hier Warum? Was ein absoluter Ich bin schon wieder hier Was ein Bullshit Lande ich jetzt jedes Mal hier? Den ausweichen ist easy Was kommt jetzt? Messer Okay Messer Okay Ha Uh, what the fuck Was für ein Damage Ich brauche hier nur zwei Hits Cool War es rastet der denn jetzt so aus? Nein Einer noch Nein, ich habe es geschafft Ich habe es gesagt Ich habe es gecallt Ich habe es gecallt Ja, ich habe es ge vain Ich habe es ge ㅇ嚯t Ja, nein, wir haben es gecallt Ja, wenn wir uns ho collegiberitest Wann Ma